Okay Jan, eine ereignisreiche Woche geht zu Ende bei der Fortuna. Spielabsage gegen Aachen, Spielabsage gegen Siegen. Seid ihr froh, dass ihr heute zumindest spielen konntet? Ja, ich denke schon, dass es wichtig war, nochmal Spielpraxis zu sammeln. Man hat ja auch gesehen, dass noch einiges vielleicht nicht ganz so im Grün ist, wie es sein sollte. Und deshalb war es eigentlich schon mal wichtig, dass man das Normale jetzt gesehen hat und dann aufarbeiten kann für nächste Woche. Gegen Bergisch Gladbach 1-2 verloren. Das Ergebnis sagt jetzt nicht so viel aus. Wie hast du es gesehen? Ja gut, wegen einzelnen Führungen. Ich denke auch, dass wir es eigentlich ganz ordentlich machen. Die zwei Gegentore dürfen halt nicht passieren. Nach Standardsituationen rücken wir blind raus und das ist natürlich bitter. Aber wie gesagt, das sind halt die Sachen, woran man noch arbeiten muss dann. Super, danke.